Coimbra Coimbra liegt am Rio Montego etwa 200 Kilometer nördlich von Lissabon, 100 Kilometer südlich von Porto. Sie ist Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks und die drittgrößte Stadt Portugals. Die Stadt ist Sitz der ältesten Universität des Landes, gegründet 1290, mit etwa 22.000 Studenten, die auch heute noch für ein reges Nachtleben sorgen. Durch seine lange Geschichte besitzt Coimbra einige Sehenswürdigkeiten, die auf jeden Fall einen Besuch lohnen. Hintergrund bereits in römischer Zeit war der Ort besiedelt und trug den Namen Eminium, bedeutender war jedoch das 25 Kilometer südlich gelegene Conimbriga. Als diese Siedlung 468 von den Sueben zerstört wurde, ging die Bedeutung und auch der Name auf Eminium über. Coimbra wurde 711 von den Mauren erobert. Nach der Rückeroberung war die Stadt von 1139 bis 1260 die Hauptstadt Portugals. 1290 wurde die Universität gegründet. Sie ist eine der ältesten Europas und verdankt ihre exponierte Lage letztlich dem Wegzug des Königsitzes nach Lissabon. Mit dem Flugzeug Coimbra verfügt mit dem Aerodromo Municipal bis Sayabato über einen kleinen Flugplatz für Privat- und Geschäftsreiseverkehr in der Nähe von Ant-Anhol etwa 10 Kilometer südlich der Stadt. Die nächstgelegenen Flughäfen mit Linienverkehr sind Lissabon oder Porto. Von dort aus dann Anreise per Bus, Bahn oder Mietwagen. Mit der Bahn Coimbra liegt an der Strecke Lissabon-Porto. Von dort aus verkehren stündlich ECs oder die schnellen Alpha-Pendulas, beide reservierungspflichtig. Auch Regionalzüge verkehren, sind jedoch nur unwesentlich billiger. Coimbra besitzt drei Bahnhöfe, üblicherweise kommt man in Coimbra B an, der etwas außerhalb liegt. Von dort aus kann man entweder mit dem Taxi in die Stadt fahren oder einen Anschlusszug nach Coimbra A, oder kurz Coimbra, nehmen, ein Ticket nach Coimbra B berechtigt zur Weiterfahrt nach Coimbra A. Coimbra A liegt am Rand der Innenstadt, von dort kommt man sehr gut zu Fuß weiter. Vom dritten Bahnhof Coimbra Paki verkehren gegenwärtig keine Züge mehr, der Bahnhof soll in Zukunft durch die Metro Montego erschlossen werden. Weder Coimbra Bahn noch Coimbra A verfügen über eine Gepäckaufbewahrung. Eine Möglichkeit zur kostenpflichtigen Gepäckaufbewahrung bietet aber das Café Esparso Cristal gegenüber dem Bahnhof Coimbra A. Lago dos Amas 6, da je Gepäckstück zahlt man 4 Euro für die ersten 4 Stunden, danach 50 Cent für jede weitere Stunde. Nachdem wir dort bei der Abholung noch etwas getrunken und gegessen hatten, mussten wir für die Gepäckaufbewahrung allerdings nicht mehr zahlen. Auf der Straße Coimbra besitzt zwei Ausfahrten an der Autobahn A1, Lissabon-Porto, und ist mit dem Auto in etwa 2 Stunden von Lissabon bzw. 1,5 Stunden von Porto aus zu erreichen. Die Ausfahrt Coimbra Nord ist auch über der A14 zu erreichen, die von Coimbra nach Figuera da Foss führt. Wer die Autobahnen scheut, kann Coimbra auch über diverse Landstraßen erreichen, darunter die IP2 von Lissabon bzw. Porto, oder die IP3 aus Richtung Nordosten. Mit dem Bus Portugal besitzt ein sehr gut ausgebautes Netz von Überlandbussen, über das Coimbra sehr leicht und preiswert zu erreichen ist. Der Busbahnhof liegt etwas außerhalb der Innenstadt, zu Fuß benötigt man etwa 30 Minuten ins Zentrum, sodass sich ein Taxi empfiehlt. Mobilität der örtlichen Nahverkehr wird überwiegend durch Busse gewährleistet, betreibe es Transportes Urbanos de Coimbra. Die Pantufinas genannte blaue Linie, teilweise ist eine blaue Linie auf der Straße aufgezeichnet, ist ein Verkehrssystem mit kleinen Elektrobussen. Diese haben keine Haltestellen sondern halten überall auf der Strecke auf Anforderung zum Ein- oder Aussteigen. Ein Metrosystem, Metro Montego, ist geplant. Unterstadt Die Universität in der Oberstadt Connembrigati im Jahr 468 von den Sueben zerstörte ist nur zu einem kleinen Teil ausgegraben. Der Aufbau ist klar zu erkennen. Die Stadt war umgeben von einer Mauer und lässt sich in zwei Teilen gliedern. Ein Stadtteil war ein Villenviertel mit prächtigen Mosaikfußböden und Warmluftheizungen. Der andere Stadtteil hatte einfachere Wohnhäuser, wahrscheinlich von Handwerkern. Aktivitäten Skygarden, Klettergarten, im Botanischen Garten. Fonte dos Amores, schöner Garten mit einem Theater im griechischen Stil. Nachtleben Republika dos Ventema, Studentenbar, in der Nähe des Platz Duvates.